Tau-Tau Die Filme ist doch eben so, oder? Ich hab mein Engels. Was? Nichts. Man sagt so. Okay, 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 okay. Ich hab meine Gesichter. Ich kann kurz machen, ich habe immer gefühlt. Ja. Soll ich meine Haare zumachen oder auflassen? Zumachen. Sicher? Ja. Oder soll ich die hier so machen? Das sind meine Lieblingssträhne. Warum? Weil sie schon glatt ist? Ja. Autsch. Was ist denn hier? Erstmal war ich hier. Guck mal. Hier war ich. Hab ich so geguckt. Wo ist denn das? Hab ich so einen schwarzen Beinsicht. Und dann hat es mich hier so angelacht und ausgelacht. Und dann hab ich so geguckt. Hä? Was ist denn das so schnell bin ich bemerkt? Äh. 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 Wir gehen gleich rein leider, ne? Ich mach ein bisschen Licht. Und dann? Ja. Unnötig. Hast du? Ja. Attacke von den Enten. Ich wollte... Ich wollte... Ich wollte... Wow. Ihr könnt... Ihr könnt auch... auch an den anderen Video schauen. Attacke von den Enten haben wir auch noch. Ah. Wir füttern die gleich. Aua. Ja. Wir haben jetzt eine Million Trillionen Tonnen Brot und so einen Fisch haben. Ja. Schatz, was soll ich machen? So auflassen? So machen? Von bis nach hier oben? Oder so? Äh. Ja, so. So? Ja, so. Siehst du richtig schönes. Doch. Kannst du mir doch erst mit Deo meinen Dings geben? Pappeln? Ich würde mich doch nicht machen. Deo. Papp! Nein, 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 nein. Ich sterbe. Aua. Papa. verr Papp! Danke! Auf. Papp! Was? Warte Leute. Ich lasse ja gerade drauf. Und so hängt die in meinen Haaren. Autsch. Lefon back! Du wirst die nicht. Warte, warte, warte! Aaaaaaaaaaaaaa. Warte. 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 Warte, warte. 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 Willa, will ich nicht, Frau, die in den Reben sind, Mama? Was ist das? Wir haben uns die Schleifahrt, und wir haben uns die Schleifahrt, und wir haben uns die Schleifahrt. Ein Schleifahrt ist ein Damen-Streit. Ich bin so gegründet. Ich bin so gegründet. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.